Hallo ihr Lieben, ich habe für euch ein Valentinstagsmenü kreiert und zwar Vorspeise, Hauptgang Dessert, Vorspeise gibt's Hummer, Hauptgang Kalb und Dessert, ein schönes Huhn, Onig, Parfüm mit einer schönen raffinierten Deko. Auf meiner Webseite www.danielwobbel.de, in meinem Blog, könnt ihr alles nachlesen, ihr könnt so ein richtiges Valentinstag-Handbuch euch runterladen. Dafür finde ich es schön, wenn ihr es einfach liken würdet und vielleicht meine Seite abonnieren würdet, weil noch viele spannende Sachen bei Hochkunos auch noch stattfinden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Gucken und beim Nachkochen natürlich. So ihr Lieben, jetzt kommen wir zum Hummer. Wichtig ist dabei, dass der noch schön lebendig ist, dass ihr euch einen lebendigen holt, auch wenn es schlimm ist. Aber ich zeige euch jetzt, wie man ihn wirklich zubereitet, ohne dass er sich quält. Und zwar, nehmt ihr euch einen Holzlöffel, legst ihn hier drunter, unter den Hummer. Jetzt nehmt ihr euch ein Gummiband. Und mach das dreimal da drum, weil wir wollen ja den Hummer-Schwanz grillen. Meine Frau hat ja dieses super Erlebnis da in Neuseeland, wie ich schon mal beschrieben habe und ich möchte jetzt nicht, dass ich da was verkehrt mache. Ich möchte ja wieder, dass sie da erinnert wird auf, was sie in Neuseeland erlebt hat. Und selbst da bin ich auch nervös jetzt. So, seht ihr, wunderbar. So, ihr braucht jetzt für den Hummer einen großen Topf mit Wasser. Und hier, dafür machen wir jetzt unsere halbe Fenchelknolle rein, Knoblauch, fünf Pfefferkörnergrüne, die haben so eine leichte Schärfe und ein Esslöffel Salz. Und hier haben wir unser Abschreckwasser. Wenn ihr keine Eiswürfel habt, ich habe gerade mal ein Kühlpad einfach reingetan als Eiswürfel. Kann man auch so nehmen. So, ganz wichtig. Eieruhr. Ihr stellt euren Hummer jetzt. Der muss jetzt sozusagen vier bis fünf Minuten, würde ich jetzt sagen, kochen. Ihr stellt euch die Eieruhr, weil das ist total wichtig, dass es auf die richtige Uhrzeit ankommt, weil der Hummer-Schwanz sonst zu durch wird. Und dann wird das Fleisch total fest. Und das wollen wir nicht. So, wie tötet man den Hummer, dass er nicht so viel Schaden hat? Und zwar, wirklich, das Wasser muss volle Pulle kochen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir werden jetzt den Hummer hier genau am Gehirn sozusagen reinmachen. Dann kriegt er so einen Schock und ist direkt tot. Gut, ja, dass er nicht lange da in dem heißen Wasser drin rumschwimmt. Und zwar, zeige ich euch jetzt, die zählt so bis 20, sage ich immer, in glücklich kochendes Wasser. Jetzt kocht es. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. So, jetzt ist er komplett tot, der Hummer. Und jetzt legt die ihm, boah, das ist ja noch verbrannt hier. Und jetzt legt die ihm hier in das kochende Wasser. Seht ihr? Wunderbar. Die Schere müssen so gedeckt sein auch. Jetzt stellt ihr euch die Eier um, jetzt stellt ihr das Wasser etwas runter. Ganz wichtig, dass der Hummer nicht so kocht wie so eine Wäsche, sagt man in meiner Küche, sondern so auf 94 Grad so zieht, langsam. Ja? Genau, das jetzt vier Minuten für den Schwanz. So, unser Hummer ist fertig. Wunderbar. Jetzt nimmt ihr ihn raus und schreckt ihn in kaltes Wasser ab. Ganz wichtig. Jetzt unterbrechen wir den Gartvorgang, sozusagen, für den Schwanz, dass der schön saftig drin ist. Jetzt, da ist hier nochmal die Schere mit dem Gelenk ab. Und die kommen jetzt nochmal weitere drei Minuten ins Wasser. Wie gesagt, ich würde mir einen Wecker stellen. Das ist total wichtig. Und, ähm, weil es, das Fleisch muss schön saftig sein vom Hummer. Wenn das durch ist, wird das so richtig dröge und so. Daher, also ich würde, stellt euch einen Wecker. So, weitere drei Minuten. Wunderbar. So, derzeit kann der Hummer schön abkühlen. Jetzt kommen wir zum Auslösen vom Hummer. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir hier den schönen, geraden Schwanz vom Hummer. Und hier haben wir die Schere. So, erstmal hängt der Schwanz zum Grillen. Wir nehmen den Löffel einfach ab. Gummi abmachen. So, und jetzt, dreht ihr den Hummer einmal. Zeig, bis er knackt. Und an der anderen Seite. Dann könnt ihr so langsam rausziehen. Wunderbar. Das wollen wir nicht haben. Das sind die ganzen Innereien. Das schütten wir aus. Und hier raus machen wir schöne, die Suppe. Die Bisk, die Hummerbisk. Für mein Goldengelchen. Wollt die sich. So. Hier habt ihr den Schwanz. Jetzt nehmt ihr ihn. Schneidet ihn. Hier unten. Mit der Schere. Lang. Und jetzt geht ihr mit dem Messer einmal spitze nach unten. Und einmal hacken. Wunderbar. Einmal auswaschen. Und hier habt ihr jetzt euren schönen Hummer-Schwanz. Jetzt weiter direkt mit den Scheren. Scheren schneiden wir das Gummi ab. Das ist ein bisschen komplizierter. Mit dem Messerballen. Ein bisschen klopfen. Einmal andrücken. Vorsichtig. Jetzt schneidet ihr mit der Schere. Hier unten einmal in Lamm. Und hier oben einmal in Lamm. Und jetzt könntet ihr die Schere so langsam rausbrechen. Seht ihr. Und hier ist noch ein kleines Gelenk drin. Hummer-Scheren-Gelenk. Müsst ihr einmal so. Die Hummer-Schere so nehmen. Und so ganz leicht. Oben wegdrücken. Und jetzt von der anderen Seite etwas zieren. Wunderbar. Unsere Hummer-Schere. Und das Gelenk. Auch hier. Das nehmen wir auch für die Soße. Das Gelenk. Einfach in ein Handtuch rein. Mit dem Messer einmal drücken. Und einfach ausbrechen. Könnt ihr auch dann sonst noch mal nachhelfen mit der Schere. Am besten rausnehmen so. Und dann habt ihr die Hummer-Gelenke. Die wir dann für den Salat benutzen. Und das ist Power Pur. Das nehmen wir für den Biss. So. Das könnt ihr jetzt. Das macht ihr jetzt mit den anderen beiden Sachen auch. Und somit ist unser Hummer erstmal vorbereitet. Für den nächsten Schritt dann. So meine Lieben. Jetzt gibt es Hummer-Biss. Das ist eine richtig kräftige Suppe. Eine Cremesuppe. Und das machen wir aus den Hummer-Karkassen. Den Hummer haben wir gerade zerlegt. Und jetzt geht es erstmal in die Suppe. So. Wir nehmen eine breite Pfanne. Haben. Einen schön geschnittenen Pfennchen. Ein bisschen Möhre, Schalotten, Knoblauch. Grünen Pfeffer, Weißwein. Kognak. Und das müssen wir wieder flambieren. Sahne. Das war's. Und etwas Salz können wir nachher noch hinzufügen natürlich. So. Alles klar. Die Pfanne richtig heiß werden lassen. Pflanzenöl. In die Pfanne geben. Und jetzt wird die Pfanne geben. Die Pfanne geben. Und jetzt wird die Pfanne geben. Richtig schön anrösten, auch schön zerkleinern. Das röstet ihr so circa zwei bis drei Minuten schön an. Jetzt geben wir unser Gemüse hinzu, den Fendtchen, den Knoblauch, ruhig noch etwas Fett hinzugeben, dass auch der Knoblauch und der Fendtchen schön anrösten können. Der Fendtchen wird so ein bisschen mit einer Anis schmecken, der Knoblauch, der röstet mit, das haben wir hier wunderbar. Noch die Möhre hinzu. Und die Schalotte. So, jetzt müssen wir das Tomatenmark noch hinzugeben. Hol' ich mal schnell. So. Da geben wir jetzt schön anderthalb Essler mit Tomatenmark hinzu. Und den rösten wir jetzt auch schön mit dem Gemüse und den Humakarkassen an. Der karamellisiert jetzt so leicht in der Pfanne. Wunderbar. Wunderbar. Etwas salzen. Nochmals umrühren. Und jetzt flambieren wir die Geschichte mit Kognak. Fahne auf volle Pulle stellen. Und jetzt Kognak rein geben. Wunderbar. Kommt her dran. Wunderbar. 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 Wenn der Kognak schön verloschen ist. Geben wir jetzt den Weißwein. Kleinen Schluck für euch. Und das lasst ihr jetzt zusammen mit drei, vier Pfefferkörnern einreduzieren. So circa bis die Hälfte weg ist von dem Wein. Und jetzt werden wir noch zum Schluss die Sahne hinzufügen. Hier ist jetzt total viel Fett drin. Und jetzt kommen die ganzen ätherischen Öle aus den Karkassen raus. Und verbindet sich mit der Sahne. Und damit ist eine wunderschöne Hummerbiss. So. Das lassen wir jetzt leicht einköcheln. Und später geben wir noch ein bisschen Kräuter und ein bisschen Limettensaft hinzu. Und würzen das nochmal mit Salz. So. In der Zeit wo unser Hummerbiss hier 20 Minuten nun vielleicht köchelt. Wunderbar. Dann machen wir uns an die Marinade für den Hummer-Schwanz. Den grillen wir gleich auf dem Holzkohlegrill. Und dann können wir den mit unserer Marinade einpinseln. Ganz einfach. Ein Teelöffel Braunzucker. Einen halben Teelöffel Salz. Dann presst ihr euch eine Limette auf. Gibt es rein. Zack. Zwei Esselöffel Öl. Olivenöl. Getrocknete Tomaten. Fenchel. Kräuter. Rührt es zweimal um. Und hier raus machen wir, bepinseln wir gleich den Hummer-Schwanz nachher noch, dass er noch so schön aromatisch wird. So seid ihr gerade am probieren. Von unser Hummerbiss. Muss noch etwas Salz dran. Machen wir auch noch ein bisschen grünen Pfeffer von der Flüssigkeit hinzu. So eine pfeffrige Note haben. Und jetzt zum Schluss schöne Kräuter. Einmal die Hand so ein bisschen zerdrücken. Und schön hier reinlegen mit dem Dill und mit der Petersilie und dem Estragon. Wunderbar. Das lassen wir jetzt noch mal fünf Minuten ziehen. Und geben jetzt noch ein bisschen frischen Elementenabrieb rein. Äh, Saft rein. So. Und jetzt passiert dir das einfach in einem Topf. Boah, schon die Farbe an. Wunderbar. So, dann haben wir hier aus den Hummer-Schalen, haben wir uns noch eine schöne Suppe gemacht. Die montieren wir später noch mit etwas Butter auf und geben dann zu unserem gegrillten Hummer. So, hier habe ich den Kopfsalat jetzt schön gewaschen. Schön das Herz genommen vom Kopfsalat. Schön auf den Tuch legen und schön abtupfen. Und dazu machen wir jetzt das klassische Sahne-Dressing. Manche Leute machen das mit Kondensmilch. Aber meine Frau liebt das mit Sahne, also mache ich das mit Sahne. Das heißt, eine Zitrone auspressen. In die Schüssel geben. Jetzt gibt dir eineinhalb Esslöffel und noch zwei. Zwei Esslöffel Zucker. Zwei Esslöffel Zucker. Eine Prise Salz. Gut umrühren. Jetzt ist der Zucker so aufgelöst. Nimm zwei Esslöffel Zucker. Zwei Esslöffel Zucker. Und jetzt ganz langsam die Sahne reinrühren. Zwei Esslöffel Zucker. 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 Und jetzt bindet das Dressing. Und wir werden jedes Kopfsalatblatt, also ein Tunken bestreichen. Und den Salat dann wie ein Kopfsalat auch anrichten. Zwei Esslöffel Zucker. Seht ihr, wie dickflüssig das ist? Dann nehmt ihr einfach ein Stück Kopfsalat. Dunkt das so ein. Es ist fettig, es ist süß, ein bisschen Salz noch rein, fertig. So ihr Lieben, jetzt grillen wir den Hummer. Schönes Feuerchen. Einfach ein bisschen auslösen den Hummer und jetzt mit der Karkasse auf die Feuerstelle gehen. Jetzt grillen wir den so circa zwei bis vier Minuten von der Seite, dass so leichte Raucherungen gibt. Jetzt könnt ihr schon mal mit eurer Marinade, die wir gemacht haben, den Fenchel, die Tomaten, die Petersilie, den Hummer, von der einen Seite hier von dem Hummerschwamm schön rein teufeln lassen. Ja, genau so soll das sein. Schön würzen. Und jetzt drehen wir den Hummer einmal um. Wenn das meine Frau nicht an Neuseeland erinnert. Und jetzt noch 20 Sekunden. Wunderbar. Jetzt geht ihr den zurück auf euren Tellerchen. Schaut euch das an. Noch mal umdrehen. Tipp von mir, nehmt nicht so eine kleine Zange wie ich, eine größere. So, jetzt hat der so ungefähr innen drin so 45 Grad, aber schön angeräuchert. Jetzt nehmt ihr eure Marinade, ein bisschen hier unten in die Karkasse rein. Lege ich den Hummerschwanz so rein. Ein bisschen mit Perleau. Noch mal salzen. Pfeffern. Und jetzt nochmal mit eurer Marinade schön rübern. Hummer drüber. Zack, haben wir unseren Hummer fertig gegrillt. Und ich hoffe, meine Frau erinnert sich an Neuseeland, wenn sie gleich ist. So ihr Lieben, ich bin ganz nervös jetzt. Immer wieder beim Anrichten. Ich hab's geschafft, die Vorspeise für meine Frau zum Walentienstag. Gegrillte Hummer. Mit dem Kopfsalat. Nur Hummerpist. Genau. Also, die Hummersuppe stelle ich jetzt ein bisschen auf, dass sie ein bisschen aufkocht. Hab bei meinem Gefäß ein bisschen kalte Butterwürfel und einen Stabmixer mir vorbereitet. So. Und jetzt fange ich mit dem Kopfsalat an. Hierzu habe ich mir noch schöne karamellisierte Zitrusfrucht gemacht. Geschält, die Zitrusfrüchte. Dann in Streifen geschnitten. Den Saft ausgepresst. Mit Braunzucker den Saft zusammen einköcheln lassen. Die Zitrusstreifen hinzugefügt. Etwas Apfelsaft. Fertig. So. Jetzt geht's los. Jetzt mariniere ich dir den Kopfsalat. Schöne Blätter. Hier. Und baue mir... ...einen eigenen Kopfsalat wieder zusammen. So. Zur Hälfte nehme ich dann... ...mir... ...etwas von den Zitrus... ...und gebe die da dazwischen. Etwas... ...frische... ...einfach so geröstete Nüsse. So ein Salatkernmix. Da reingehe. Und aus unserem Hummerscheren... ...die mariniere ich jetzt nochmal... ...mit der Marinade von eben. Etwas gut salzen. Pfeffer. Pfeffer. Umruhe. Und die gebe ich jetzt auch hier dazwischen. So. Und jetzt... ...wenn ich weiter... ...ganz feine Blätter... ...von dem Kopfsalat. Ein bisschen drüber machen. Das ist super. Die Süße des Salates. Äh... ...die Salatsoße. Der feine Hummer. Der feine Hummer. Wunderbar. Und jetzt... ...nochmal ins Feinde. Nochmal ein bisschen... ...die Doos drüber. Und das Nüsse. Und nochmal die Hummer-Kirne. Äh... Hummer-Scheeren. Die marinieren. So. Das schonmal... ...mein Hummer-Salat. Jetzt geht's weiter... ...mit dem Hummer... ...und der Hummer-Biss. Wie gesagt... ...den Hummer haben wir ja schön gegrillt. Schaut euch den an. Boah... ...den werde ich jetzt... ...schöne drauflegen. Die Hummer-Suppe kocht. Ins Gefäß, wo die Butter ist. ...aufmixen. Ganz wichtig, schmeckt die Suppe euch nochmal. Wunderbar. Wunderbar. Jetzt in die Tasse geben. Und jetzt... ...verfeinern wir nur noch den Hummer... ...mit den Kräutern hier. Bisschen Dill. Bisschen Fenchelgrün. Und noch was von dem... Citrus. Hier auch nochmal... ...etwas nachsalzen. Wunderbar. Wunderbar. Ihr Lieben, ich hab's geschafft. So. Ihr haben wir unseren gegrillten Hummer... ...mit auch noch Hummer-Biss... ...und unseren Kochsalat. Ich hoffe, meiner Frau gefällt's. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkommen. Und viel Glück bei eurem Gericht. Ich wünsche euch viel Spaß. gut. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkommen. Wunderbar. 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 Vielen Dank.